Hallo, in diesem Video geht es um die Nummer 28 aus dem Weihnachtsoratorium von Bach. Das ist der Dies hat er alles uns getan Choral aus dem dritten Teil. Und zwar geht es um die Sopranstimme. Starten wir gleich von vorne. Eins, zwei, drei. Nochmal von vorne bis da. Eins, zwei, drei. Das machen wir gleich noch einmal. Eins, zwei, drei. Jetzt schauen wir uns die letzten Takte an. Auftakt zu Takt sieben. Und. Auch das, gleich noch einmal. Und. Und noch ein weiteres Mal, bitte. Und. Und. Zum Abschluss legen wir den ganzen Choral einmal ohne Unterbrechung. Eins, zwei, drei. Hundred, zwei, drei. 哦. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war es auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch bei der Erarbeitung von diesem kleinen Choral geholfen. Wenn das so gewesen sein sollte, dann lasst bitte unbedingt einen Daumen nach oben für dieses Video da und abonniert auch den Kanal, falls ihr das nicht schon getan habt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!